schön dass ihr mit dabei seid in meinem kleinen beschaulichen steine studio zu teil 2 des mk 21 026 millennium falten mark 2 ja wir waren hier stehen geblieben ich hatte euch zum abschluss des letzten videos gesagt den antriebsstrang hinten die schubdüsen oder wie man sie auch mal nennen mag im bauch ohne euch dran ich zeige euch dann im nächsten video da seht ihr es jetzt schön hier es ging um dieses ganze stück das ist nicht ganz so einfach dran zu bauen vielleicht nimmt man sich da eine dritte und vierte hand mit dazu denn das ganze wird sehr auf spannung eingebaut da das ja alles gebogen werden muss und dann hier auf einer großflächigen seite dementsprechend festgenommen wird und dann sitzt es auch einigermaßen allerdings muss ich dazu sagen ihr seht es hier unten an den stützen die habe ich mir da jetzt drunter gebaut denn der ständer sitzt hier vorne also das seht ihr jetzt schlecht und das ganze ding wird dadurch extrem hecklastig deswegen habe ich mir jetzt das ganze die ganze heckpartie hier mit diesen ständern hier unten dementsprechend abgestützt ich kann es jetzt mal einmal hochheben da seht ihr es da stehen jetzt die ständer so sollte es eigentlich nicht sein ich wollte es eigentlich mit hochheben aber ich zeige euch mal einmal was ich meine wenn ich das jetzt abstelle so ich drehe es jetzt auch mal zur seite dann seht ihr was ich meine denn dann kippt das ganze ding rum und ich weiß nicht ob das so auf dauer schön ist hier für die ganzen technik aufnahmen deswegen kann ich euch nur empfehlen baut euch da die stützen drunter damit das ja dementsprechend gerade ist für den weiteren bau so ja das muss ich jetzt erst mal irgendwie gerade hier erst mal wieder so abstellen zack den rest mache ich gleich denn jetzt wollen wir erst mal starten wir waren bei phase 11 da oben sehr stehen geblieben damit machen wir jetzt weiter den beutel dazu habe ich hier schon liegen und ja ich hole euch jetzt hier wieder an den tisch und wir machen weiter mit teil 2 des aufbaus ich wünsche euch viel viel spaß denkt an das abo wir sehen uns gleich wieder dann zeige ich euch mal gerade einmal bevor wir mit elf anfangen wie es aussieht und zwar wird das ja mit dieser ecke hinten gebaut und diese ecke wird hier auf der fläche dann festgenommen das gleiche wie hier auch und dann hat man hier diesen ring der dann hier unten da kriegen wir sind da auf diesen plates steht die da rauskommen und jetzt kann man hier noch so schön durchgreifen das heißt das muss noch alles zu ich bin mal gespannt wie das dann letzten endes gemacht wird und so sieht es erst mal aus und dann starten natürlich jetzt mit dem bauabschnitt 11 da wird das ganze jetzt schon angefangen zu zu machen wir bauen also hier diesen antriebsstrang von hinten zu mit vielen elementen gucken wir mal wie das wird weil das wird wir gerade gebaut und dann wieder gebogen ich bin mal gespannt wie sich das so verhält ja schauen wir mal der bauschritt 11 ist auch fertig da liegt es das ist das in leben sozusagen von dem antriebsstrahl ziemlich witzig gebaut aber was ich richtig cool finde ist die qualität der trans clear scheiben denn die sind überhaupt nicht milchig die sind absolut clean die haben so gut wie überhaupt keine kratzer also wirklich minimalst das ist wirklich top also ihr seht es vielleicht hier da ist das sieht richtig richtig gut aus man hat ihren hohlraum so ich bin mir nicht genau sicher aber ich könnte mir vorstellen dass man das ganz gut beleuchten kann wir haben ja auch hier diese blauen run starts drinne und das ist praktisch die die seite die hier zu dem zu dieser trans clear seite zeigt und das wird jetzt dahinter gebaut denn das wird jetzt so gebogen und dann wird das dahinter gesetzt das mache ich natürlich jetzt wieder ohne kamera denn das ist immer so ein bisschen tricky dieses mit dem biegen und dann anloppen ich zeige euch das dann nachher wenn es drin ist wie es aussieht aber ja so ist es halt gebaut ganz witzig ist natürlich viel was man gleich baut ist so aber es sind immer nur kleine sachen und dann ist das auch erledigt aber was da schon so an idee und so hinter steckt finde ich schon ziemlich schräg so also das bauen wir gleich ein und jetzt gucken wir mal einmal das hier mal wieder ein bisschen höher gucken wir uns was in teil zwei los ist in teil zwei bauen wir das bauen wir den enthalten ach so die antriebsklappen hier hinten die ja antriebsklappen halt und hier unten drunter dann halt die ja bedienen streben also wir fangen jetzt hier wieder an etwas unterhalb zu bauen also sprich hier oben einmal die steuerklappen hier unten und diese fläche hier wird jetzt gebaut das war baubschnitt zwölf gehen wir mal erst gerade zu diesem teil hier und zwar ist das die untere klappe also sprich klappe verkleidung die kommt so rum jetzt unter den falken und zwar sind das die steuereinheiten für die schubdüsen klappen wenn man das mal so nennen darf vielleicht ist es ja sogar richtig ja und das ist schon wieder richtig cool gebaut finde ich richtig klasse das ist eine schöne optik gefällt mir richtig gut hier die einzelnen antriebsstangen für jeweils diese klappen das muss man sich dann später vielleicht noch ein bisschen ausrichten dass das einigermaßen dazu passt das kann man sich dann hier entsprechend noch ein bisschen in die richtung biegen sieht richtig richtig cool aus gefällt mir gut ja und das wird jetzt hier irgendwie gleich mit diesen zwei pinnen wahrscheinlich unten so rum am heck befestigt aber auch das werde ich erst wieder ohne euch tun jetzt gucken wir uns mal einmal grad die steuerklappen an sich an die wir gebaut haben und den eingebauten teil 11 beziehungsweise ja doch 11 das war ja hier dieser strang das sitzt jetzt hier also drin das wird hier aufgenockt und dann mit diesen schubdüsenplatten hier oben gekontert und so sieht das ganze jetzt im moment aus ich hoffe ich kann das einigermaßen rüberbringen denn ja es ist nicht mehr so einfach vom filmen her ja aber gut es ist halt auch wieder etwas größer ja so sieht das ganze jetzt also aus und wie gesagt dieses hier kommt jetzt da drunter natürlich ein bisschen tiefer versetzt da muss ich jetzt gleich mal gucken wie das hinhaut denn da muss ich jetzt den erstmal für wegnehmen und das mache ich jetzt erst wieder in ruhe und ja diese untere seite muss ich mal gucken wie ich die später für euch gezeigt krieg weil das ding auf dem kopfdrehen ist halt im moment nicht mehr so gucken wir mal vielleicht fällt mir was ein ja dann schauen wir wie gehabt erstmal einmal wieder in den nächsten bau step das ist bau step 13 es geht also unten mit der verkleidung hier weiter hier ist das teil was jetzt drunter kommt da seht ihr es und dann kommen hier hinten dieser kasten kommt da jetzt drunter wo die die lande kufen drin sind und da wird es auch für mich interessant denn ich will ja gucken ob ich den ich so baue dass ich ihn auf die lande kufen stellen kann wie gesagt hier sind keine lande kufen bei soweit ich weiß aber ich möchte ihn halt nicht auf diesem ständer stehen haben und von daher gucke ich mal ob ich dann weiß wie das gebaut wird und zu sagen das kriege ich auch hin ohne dass ich diesen ständer bauen kann und dann nutze ich vielleicht die kufen vom von dem anderen millennium falken denn der steht auf dem schrägständer schauen wir mal wie das da sich jetzt noch so entwickelt so part 13 ist auch fertig und zwar haben wir hier die ein teil der unteren verkleidung auch wenn es nicht so aussieht aber es sind drei teile und zwar so genau und mit dem da fangen wir jetzt mal an und gucken uns das an denn das hier ist eigentlich das komplizierteste vom bauen her auch wenn es erstmal nicht so aussieht aber es ist auch nur eine stelle die nicht so einfach zu bauen ist und zwar ist das die mit diesem kunststoff schlauch hier oben da wird es uns in diesem modell ja noch einige mehr von geben und ihr kennt sie sicherlich das sind diese hohlen kunststoff röhrchen sind nicht diese silikonschläuche die für diese bauvariante wahrscheinlich doch die besseren wären aber das sind sie nun mal nicht es sind diese hier und was soll ich sagen ihr seht die sind halt recht steif ihr wisst die klemmer unter euch die schon öfters damit gearbeitet haben wissen was ich meine und das ganze dann hier so zu biegen ist ohne ein hilfsmittel in meinen augen nicht machbar ich habe das ganze mit einem einer heißen quelle erwärmt wo man es mal so ausdrücken man nennt es auch im fachjargon feuerzeug ich habe mit dem feuerzeug langsam diese kunststoffröhre hier warm gemacht damit ich sie dementsprechend hier in diesem engen radius gebogen kriege ohne dass sie mir halt die reifen oder das ganze ding hier wieder abrupt das war anders nicht machbar das ist eigentlich das schwerste gewesen an diesen ganzen drei bauelementen das so hin zu bekommen deswegen bin ich da auch ein bisschen vorsichtig mit ich meine ich kann es anpassen es ist nicht extrem unter spannung weil ich es halt warm gemacht habe aber es ist nicht ohne weiteres man kann mit dem feuerzeug kurzfristig direkt dran gehen sie werden dann ein bisschen schwarz russig man kann sie aber wieder sauber machen es reicht aber wenn man das einfach so ein bisschen mit abstand macht bis sie warm werden und dann hat man jetzt ist es passiert da aber das ist nicht schlimm man kann das wieder rückgängig machen indem man es mit schwitzigen händen so wie ich sie jetzt gerade habe oder eben feucht kann man es wieder weg machen da seht ihr es da passiert nichts aber sie sind dann ein wenig geschmeidiger und lassen sich ein bisschen besser verarbeiten nur so als kleinen tipp ihr könnt es vielleicht auch mit dem fön versuchen ob das auch geht oder ja ich glaube aber ohne ist es nicht machbar ja dann gucken wir uns mal also so sieht es dann halt von der rückseite aus die roten seiten sind immer die die nach innen verschwinden das ist einfach nur als bauorientierung gedacht und von daher müsst ihr euch dort keine sorgen machen das ist eins der seiten teile wo ich glaube hier die lande kufen drin stecken beziehungsweise eine da muss ich ja mal gucken ich habe halt einen schönen hohlraum das heißt ich kann vielleicht lande kufen rein bauen ich hoffe es ansonsten wird das ganze ding halt ja aus bricks mit bau richtungs umkehr und so weiter und so fort gebaut und dann hat man halt ich meine das brauche ich wahrscheinlich zeigen hier die 90 grad bau richtungs umkehr bricks und dann kann man hier die fließen drauf machen so ist das hier überall dadurch hat man hier halt eine schöne struktur hier unten haben wir natürlich ein der ist nur auf einer noppe fest wie man sieht und hier gibt es diese gelenkarme um eben diese schräge zu bauen also das ist ein teil und die schräge ist dann noch mal zweites teil ja und so sehen die dann aus und so kommen die dann gleich unten drunter gesetzt man fängt mit dem an und dann kommt das und dann kommt das also bau richtung war erst der dann der und dann der kann ich mir so gut merken mal hier gelbe fliesen drauf sind ist kein fehler die sind wirklich gelb ja und das sieht halt so aus was schöne ist eben sie werden nicht 100 prozent identisch gebaut man kann es vielleicht sehen es liegt nicht nur an den farben sondern auch hier an den varianten die hier gebaut werden dass man hier halt ja einen 90 grad winkel in brick einbaut also es ist da von daher ein wenig abwechslungsreich das finde ich auch ganz nett denn hat man da nicht irgendwie eine lange weile also von daher sehr sehr schön gemacht und wie gesagt so nie so kommen sie da jetzt gleich so sieht es dann aus wenn ich sie ja da drunter gebaut habe das werde ich jetzt gleich erst mal wieder ohne euch machen und ja wenn wenn ich weiß wie es am besten filmen kann werde ich euch das natürlich dann noch nachreichen ansonsten switchen wir jetzt mal um und gucken was in bauphase 14 passiert dazu müssen wir mal die kamera wieder ein bisschen höher machen so bauphase 14 geht es jetzt wieder innen weiter hier hinten in dem bereich bisschen einrichtung hier noch so ein bisschen was das ist eigentlich schön an diesem modell dass man nicht nur innen einrichtung baut dann verkleidung sondern man baut immer abwechselnd ihr habt gerade gesehen jetzt habe ich wieder unten gebaut der letzte baubschnitt war hinten das heck jetzt haben wir unten gebaut jetzt brauchen wir hier oben so ein bisschen drin das ist schön das bringt abwechslung in das modell und wir haben sogar da auch noch mal eine abdeckung jetzt weiß ich noch nicht das wird hier unten die abdeckung sein die erste seitenfläche und also bauen wir hier eine seitenfläche und hier hinten einrichtung also man hat in den bauschnitten baubschnitten immer schöne abwechslung und ja das macht natürlich umso mehr spaß und von daher freue ich mich auf das jetzige weitermachen wir sehen uns gleich so ich gebe euch jetzt noch mal ein kleines update zum drunter bauen denn das ist jetzt gerade nicht ganz so einfach ich habe das handy auch jetzt einfach nur so in der hand deswegen entschulde ich bitte wenn das extrem wackeln sollte wir haben ja hier mit den roten steinen die baurichtungsumkehr steine mit dem wir das hier drunter noppen und hier passt es rein allerdings da nicht seht ihr das bin ich genau auf den ringen drauf auf den noppen das heißt mir fehlt hier eine platten stärke ich werde das ganze jetzt einmal unter füttern mit einer platte jene zweimal vierer und hier unten unter dem hier kann ich das zeigen gucken also hier unten drunter da das muss ich auch verlängern dann weil es auf zwei ebenen gebaut ist mache ich eine einmal vierer drunter und das ganze ein bisschen in die länge zu ziehen um das dann dort drüben mit ein zu noppen und gucken ob das dann funktioniert wenn das geklappt hat dann melde ich mich gleich noch mal zurück so ja alles gerade handaufnahmen also bitte entschuldigt für die schlechten aufnahmen hier ich habe jetzt hier hier zwischen den beiden slopes eine einmal vierer gelegt hier drunter her für die etage und hier auf der rückseite diese zweimal vier drunter gelegt also zwischen diesem panel und dem zweimal fairer brick und damit sollte das jetzt passen ich setze das jetzt einmal drunter und gucke wenn es passt und zeige euch das dann gleich einmal so jetzt habe ich das dann runter und es passt wunderbar wir sehen also wir konnten es hier ein noppen wir konnten es da ein noppen und jetzt passt es auch da drüben es fehlt hier also diese eine platte von daher haben wir hier ein baumängel baufehler sage ich mal so passt es jetzt drunter ich hoffe zumindest dass ich jetzt diese seitenteile darunter krieg ich habe es gerade schon einmal probiert die kommen ja jetzt hier drunter unter dem bereich und das ist nicht ganz so einfach da bin ich mal gespannt wie ich das jetzt bewerkstellig kriege so also gefühlt 20 minuten später habe ich es endlich vollbracht die teile hier drunter zu kriegen das ist nämlich extrem spaß befreit also wer sich fragt klemmbaustein sets leicht sind zusammenzubauen der hier an dieser stelle nein ihr müsst die ganze zeit das gewicht tragen von dem ganzen teil und mit einer hand dieses ding hier drunter führen das wird hier unter dem mittelstieg gelegt den dürft ihr da noch nicht festnoppen sondern nur hier hinten dass er ein bisschen runter hängt dann könnte das dahinten drunter schieben hier vorne wird es drüber geschoben und dann müsst ihr das ganz anführen und die noppen finden und dabei achten dass die die hier auf einen pin sitzen nicht abbrechen wenn man sie hier zwischen drückt holler die waldfee das ist was für jemanden der mutter unfall erschlagen hat das ist schon mal fakt das ist nicht so einfach also da müsst ihr geduld mitbringen und hoffen dass euch nicht das ganze ding vom ständer kracht denn das teil ist extrem hecklastig inzwischen das ist einfach so ihr seht ich habe jetzt hier nur so eine stütze drunter stehen die nicht mal fest genoppt ist weil man muss auch gucken wo man sie drunter stellt damit einem das ganze nicht zusammenbricht also das ist eine hausnummer für sich das ist nicht ohne aber das endergebnis ist natürlich erste sahne weil so einen glatt gefließten unterbau habe ich nirgends bisher gesehen und ich habe ja schließlich schon einen millennium falken es gibt ja glaube ich nur die zwei naja aber ihr wisst was ich meine dass das das ist schon eine schöne sache klar hier sind natürlich noppen aber das ding das natürlich echt erste sahne das ist wirklich richtig cool das endergebnis lohnt sich für diese qualen die man hier in dem moment erleiden muss aber dann ist natürlich alles super ja so dann würde ich sagen mache ich jetzt mal mit dem nächsten schritt endlich weiter bauabschnitt 14 ist fertig da haben wir einmal das gebaut und zweimal die verkleidung für die untere seite vom falken die eine seite habe ich schon angebracht und ich will euch noch einmal zeigen wie es aussieht also ist plattenbauweise gebaut und ein bisschen verziert hier haben wir wieder das gestänge und die mechaniken für die schubklappen so und hier drin haben wir dann einmal hier eine aufnahme das heißt hier sitzt dann ich mache das mal hier mit das schiebt man nachher so dazwischen dass das hier hängt und der wird fixiert und wie das ganze gemacht wird und aussieht wenn es dran ist zeige ich euch einmal jetzt ihr seht das bei dem ist es hier hinten ja da sitzen dann hier diese technik löcher was ich euch gerade gezeigt habe ist für die seite da kommt das dann rein mit diesem blauen pin wird es dort aufgenommen und dann sieht das von oben so aus dann hat man da diesen bolzen sitzen und man kann auch da die innenleben von der platte sehen und von unten sieht das ganze dann habe ich da ein bisschen gegenlicht ich drehe es mal weg so so das ganze dann von unten aus ja so wie ihr seht habe ich auch inzwischen neue stempel um das ganze abzustützen das ist ganz einfach hier nur mit ein paar bricks gebaut den ständern die dabei sind ihr könnt auch komplette türme bauen ist ja völlig egal und dann könnt ihr das gut hier da habe ich aber fliesen drauf gesetzt darauf abstellen das ist also nicht festgenommen ich kann ihn hier also einfach bewegen den ständer aber das braucht ihr weil er ist extrem schwer jetzt natürlich auf diesem stück hinten weil wenn man mal das ganze stehe mal einmal auf wenn man das ganze folgen hier haben wir halt den großen ring und hier vorne fehlt ja das ganze ausmaß noch hier die beiden mandibellen die hier dran sitzen fehlen also noch komplett und von daher ist das logisch dass er natürlich hecklastig ist und wenn wir mal sehen wo der ständer da sitzt ich zeige mir jetzt mal vom seiten profil dann sehen wir der ständer sitzt halt hier vorne auf dem punkt der seitlichen andock station und klar das gewicht ich denke mal das ist logisch dass das so dann nicht hält deswegen tipp von mir baut euch diese ständer und dann ist das gut so dann haben wir stimmt das war ja auch habe ich ganz vergessen das habe ich schon eingesetzt dann haben wir natürlich noch das hier gebaut das in leben man baut einfach dieses stück hier und dann macht man diese einzelnen und noch die einfach auf also das ist fest genug das fällt nicht um dafür hat man dann halt hier überall die jumper plates sitzen und dann sieht das gut aus so und dann haben wir natürlich noch hier diesen schlafbereich gebaut mit so einer kleinen küche das ist ziemlich witzig ja ich habe halt noch nie eine küche und ein wohnzimmer schlafzimmer sozusagen in einen raumschiff in einen raumschiff reingebaut dann macht man sowas schon mal ich kenne es halt nur aus den modulars und von daher für mich hier premiere total witzig finde ich cool diese kleinen details sehr nett gemacht so sieht das ringsrum aus und richtig cool gefällt mir richtig gut ist ganz witzig und dann wird das ganze hier so irgendwie gleich eingebaut ich glaube so jetzt habe ich sie gleich auseinander naja irgendwie so ich brauche das da jetzt mal in ruhe ein und beim nächsten bauabschnitt zeige ich euch dann wie es dann aussieht so und das mache ich dann auch gleich jetzt gucken wir doch mal einmal rein weil mein tisch wird hier langsam echt eng der ist gar nicht mehr so klein aber wir gucken mal was denn jetzt der nächste abschnitt ist und da sehen wir die 15 wir bauen also hier in dem bereich weiter das heißt es entstehen jetzt wirklich die räumlichkeiten hier hinten und hier einmal dieser ring gang sage ich mal der um in die einzelnen räume reinzukommen das finde ich schon mal richtig cool da freue ich mich schon drauf weil genau das ist der grund warum ich mir auch dieses modell jetzt nochmal besorgt habe und mich nicht nur mit dem einen millennium falten zufrieden gab weil mich diese ganze innenausstattung halt eben reizt ich liebe dieses raumschiff und von daher mache ich jetzt mit 15 weiter und dann zeige ich euch natürlich gleich noch mal den einbau von ihm hier also bis gleich bauschnitt 15 ist fertig das ist dieser part hier aber wir gehen jetzt mal einmal zurück zu dem part das war ja noch aus dem bau schritt 14 hatte ich ja gesagt dass ich euch das noch zeige man legt das einfach hier lose rein das wird nicht fest genobbt dann kommt hier einmal einer drauf genobbt da ist eine jumper plate drunter dass diese ecke fixiert ist und dann kommt hier ja eigentlich auch nichts mehr also das ist jetzt ist es einigermaßen fest man sieht es hier kann ich jetzt noch ein bisschen bewegen mein gott schwieriges wort und das war's und ja so sieht das dann aus wenn es eingebaut ist gehen wir mal hier rüber zu bauabschnitt 15 in 15 haben wir jetzt diese ecke hier gebaut und diesen bereich hier gebaut und hier diesen lade kram bis grüppel sage ich mal was hier rum steht ich muss allerdings sagen tüte 15 ist meine pechtüte in diesem bausatz so wie es aussieht mir fehlten dort steine ihr seht hier an der tür ich habe nur eine mir fehlt der türwinkel der türflügel hier somit ist hier nichts mit verschließen dahinter steht nun ein weißer topf und hier fehlt mir auch einen stein ein brick modified ein einmal zwei mit 90 grad bau richtungs umkehr dran die hier ganz unten immer an diesen sockeln eingebaut werden da musste ich mir behelfen und dementsprechend fehlt mir da jetzt einer von den einmal eins an mit 90 grad bau richtungs umkehr da habe ich jetzt so ein scheinwerfer stein reingebaut also es ist jetzt zum glück nichts tragisches bei den steinen ist das jetzt nicht schlimm das fällt auch nicht auf weil es geht ja so dass mit der tür ist das ärgerlichste da muss ich mal einmal mit mode ging schimpfen böse böse buben kontrolliert besser eure tüten gerade bei solchen bausätzen die ja nicht gerade günstig sind da ist es dann umso ärgerlicher naja gut also es ist soweit alles vorhanden zumindest was so einrichtungstechnisch betrifft bis halt auf diese tür sonst ist eigentlich erst mal soweit okay ja so sieht das dann hier aus also alles was ihr da seht das sind aufkleber die gucken man sieht die töne zu dem blau also die aufkleber jeweils sind sehr gut getroffen die aufkleber sind auch von einer passgenauigkeit gut da liegt auch noch ein aufkleber drauf sie stehen bei den steinen nicht über sie sind etwas kleiner wie die oberfläche wo man sie drauf klebt von daher aufkleber technisch muss ich sagen sind die wirklich gut gemacht und wenn man sie ordentlich aufbringt sehen sie wirklich toll aus da will ich mal jetzt nicht sagen klar druck ist in so einem bausatz eigentlich immer schöner haben wir hier nicht deswegen bin ich umso froher glücklicher dass man natürlich vernünftige aufkleber mit dabei haben ja ja so sieht das ganze jetzt im moment aus so ein bisschen rum dann gucken wir mal auf der der perspektive hier so sieht diese rundung aus diese rundung ist ja jetzt wir haben hier so eine technik dreierwinkel dann sind diese schwarzen achsen also davon so eine diese diese gummiröhren hier stecken da rechts und links drin und dann werden die mit so sie klemms da dran gepinnt die sind dementsprechend lose das wird dann nur da einmal mit einem gehalt hat und da und dann durch kriegt man diesen runden bogen da muss man ein bisschen tüfteln bis man das so weit hat und dass das einigermaßen passig aussieht dass wir auch hier in durchgang haben wobei der durchgang natürlich schade eigentlich mit diesem brick so ein bisschen das stört aber ich denke mal da ist es bautechnisch vielleicht nicht unbedingt anders lösbar gewesen und somit geben uns damit erst mal zufrieden ich guck gerade mal passt ich dachte gerade ich hätte hier was falsch gemacht weil wenn ich mir die schräge hier angucke und die schräge es passt schon so nur der geht hier nicht weiter auf wegen ihm hier und von daher gut es ist wie es ist oder es hat nicht so ganz symmetrisch wenn ihr seht was ich meine ich hätte den gerne ein bisschen den kriege ich auch nicht weiter zu und naja aber ansonsten finde ich es eigentlich relativ nett gemacht süß kleine details drin schön hergerichtet gefällt mir wirklich gut muss ich sagen gut schauen wir mal in den nächsten bauabschnitt in den 16er rein was uns denn dort erwartet so kann man gucken es geht also je weiter wir bauen hier oben das erste stück zu die sind ja noch offen hier ist bleibt es offen also das heißt wir bauen jetzt hier diese ecke und hier oben diesen deckel und das hier nicht das haben wir schon das haben wir glaube ich auch ja also geht es hier um diesen bereich und diesen deckel mehr kann ich jetzt im moment noch nichts neues erkennen bauschrift 16 fertig so sieht es aus kann die drei teile haben wir gebaut beziehungsweise vier teile das hier die beiden sachen sind jetzt die abdeckung für nichts heißt ich gerade noch mal für diesen bereich hier oben und ja dann würde ich sagen gucken und zehn doch mal genauer an er ist wieder auf dieser platte mit einer art es not bautechnik gebaut wie man das hier sehen kann besteht das ganze aus zwei hälften die man dann praktisch einmal von hier oben einmal von hier unten ansetzt und dann dementsprechend verbindet ja und dann sieht das ganze so aus ziemlich nett schön gemacht gefällt mir gut ja und das gleiche dann hier auch genauso ähnlich gebaut nur kleiner hier kann man sehen immer gegenläufig zueinander gebaut finde ich eine schöne bautechnik gefällt mir richtig gut ja und dann gibt es hier noch dieses kleine teil was weiß ich noch nicht wofür es da heißt was es sein soll vielleicht sieht man vielleicht später wird wahrscheinlich einfach nur so ein innenraum detail sein ich zeige euch ja gleich noch mal vor bevor wir mit der 17 anfangen wie es aufgebaut aussieht ja und das ist praktisch die erste seitenfläche und die innenecke die dann auch angebaut wird gleich ja ich würde sagen wir gucken uns jetzt die 17 einmal an und dann baue ich die elemente an und im nächsten abschnitt zeige euch dann wie es aussieht so und wir sehen die 17 jetzt wird es langsam interessant ist der seitlich weglaufende kanal gang zur pilotenkabine da freue ich mich schon drauf so das war bauabschnitt 17 der eingang in den pilotenkanzel bereich vorne kleiner bauschritt ist nur das stück was man hier baut relativ zügig gemacht hier immer schon die erste seite von der verkleidung unten das ist ja das was im flugzeug drin ist und ja so sieht es dann aus wenn man durch die hälfte von dem gang im millennium falgen läuft eigentlich sehr nett gestaltet auch wieder hier mit den unterschiedlichen farben in dieser typischen charismatischen polsterung in dem millennium falgen finde ich eigentlich ziemlich cool das fand ich früher als kind schon immer ziemlich geil diesen style gefällt mir ja den baue ich gleich wieder an im nächsten step jetzt gucken wir uns gerade noch an was wir vorhin in bauabschnitt 16 angebaut haben so da sehen wir also hier ist der deckel wir haben einmal das kleine teil hier vorne was einfach nur mehr oder weniger draufgelegt wird man kann das glaube ich irgendwie festnoppen hier oder so ich weiß es nicht habe es noch nicht hingekriegt weil diese seitenteile jetzt aneinander drücken geht ja auch irgendwie nicht richtig aber es liegt halt gut drin und das ist hier vorne ein wenig fest genoppt das kann man dann aber gut abnehmen das ist nur hier auf den zwei noppen mit der platte und somit können wir dann dort schön rein gucken ja so sieht es also damit aus und dann haben wir hier dieses seitenteil und dieses besagte ja was auch immer und so sieht es dann von der seite aus bisher ganz cool gemacht so und diesen gang den wir jetzt haben der kommt jetzt hier auf diese turntable platte damit wir eben diesen winkel haben und dann sieht das ungefähr so aus das werde ich natürlich jetzt schick machen ich hab's jetzt hier noch einfach hingelegt und dann geht's mit bauabschnitt 18 weiter so mit 18 sind wir dann aber auch am letzten teil glaube ich diese anleitung angekommen glaube ich zumindest wir gucken mal einmal in die 18 rein wir sehen wir bauen die schöne pilotenkanzel vorne und hier seitlich noch was und mehr kann ich jetzt gerade so noch nicht erkennen oder seht ihr dort mehr wird gerade nichts also ich glaube es ist beschränkt sich jetzt auf dieses stück und auf die kanzel hier vorne ja das war bauabschnitt 18 und auch der letzte aus der bauanleitung a sprich wir haben hier da sieht man es das letzte stück gebaut das ist dieses hier und somit sind wir hier auf 277 seiten und haben 888 bauschritte hinter uns ja legen wir buch a zur seite und gucken uns noch mal an was wir hier gemacht haben wir fangen mal an mit dem stück seitenteil hier was die seitliche seitliche radarschüssel die glaube ich auch mal meine ich irgendwann in einem der teile zu sehen war wenn die seitlich abklappt haben wir hier also auch das ist also dieses stück auch wieder sehr nett gemacht wir haben hier sehr viel verwitterte fläche auf dem stück und ja so sieht das dann von innen aus was hier nicht ganz so schön ist an dem stück ist dieses hier dass das hier nur diese einen noppe fest ist das liegt aber daran dass man hier glaube ich kein brick mehr reinpacken kann das werde ich mir aber noch angucken wenn ich es montiere aber ich glaube hier sitzt die ecke von dem boden später drin also sprich das was hier ist und somit kann das glaube ich nicht anders gemacht werden ich denke mal sonst wäre das auch passiert ist halt ein bisschen blöd wenn man hier diese fläche baut man drückt sich das halt hier jedes mal nach unten also das ist ja lasst dieses stück hier weg diese fliese die einmal achter und macht sie ganz zum schluss drauf wenn ihr das teil hier fertig gebaut haben ja ansonsten noch mal hier halt auch die gelenke drin und können das ganze dann mit der fläche wird das dann hier wieder vorgesetzt so wie wir es auch auf den hinteren teilen gemacht haben und an diesem stück also hier sitzt dann auch wieder die aufnahme für vermutlich die untere beplankung des raumschiffes des falken dran ja also so ist das ganze gebaut hier sieht man es auch noch mal die ampelsteine verkehrt rum sind sind witzige bautechniken viel natürlich halt auch manchmal nur auf einer noppe aber es hält dafür echt gut muss man wirklich sagen das sind meine bisherigen teile die übergeblieben sind das ist ja eins dieser innenausrichtung einrichtungsteile was ich nicht festlocken kann das tue ich vielleicht ganz zum schluss mal rein da hätte ich dann lieber das hier weg und dafür die tür schranktür die mir fehlt ansonsten haben wir hier im moment so ein paar kleinteile was halt bisher übergeblieben ist gut dann schauen wir uns mal die piloten kanzel an wie ist die gebaut also wir haben hier über technik bricks einen 90 grad winkel gebaut wo das ganze aufnahmen technisch drum herum gebaut wird wir haben selbst hier gangbereich mit teil fliesen und hier auch wieder diese polsterung hier sind auch noch mal so ein paar fliesen und dann halt schön diese rundung hier gebaut wirklich schöne abschlüsse her gefunden kein keine großartigen spaltmaße sehr gut gelöst gefällt mir macht spaß ja und hier mal halt den winkel für die kabine die dann ja dementsprechend hier abgeht den gang nicht die kabine ja dann gucken wir uns doch mal das ganze hier vorne an denn das ist was mir persönlich nicht so gut gefällt und zwar die cockpit scheibe ja es ist sie ist ich nehme sie mal ab sie ist wie man das kennt zweiteilig unterteil dreiteilig ne unterteil das vorderteil hier und das oberteil fangen wir mit dem vorderteil hier an der druck auf dem teil hier ist zwar gut aber ich weiß nicht warum die das hier nicht haben zugemacht warum das hier ja so so durchsichtig ich sag mal nur getönt ist finde ich schade aber hier sind wenigstens die farben kräftig wenn ich mir das ganze mal hier angucke weiß ich nicht was das soll warum kann ich hier durch diese stege überall durchgucken das das leuchtet mich ein ich werde ja den millennium falken von mold king also den den ich jetzt gerade baue mit dem äh lippen klon also mit dem falken von lippen dem klon von lego oder wie man es jetzt auch sieht ist auch egal ihr wisst was ich meine den ich in teil eins halt vor mir hatte äh ganz zu anfangen damit werde ich das vergleichen da zeige ich euch dann einmal den unterschied zwischen dieser scheibe und der von ja dem lego klon und ähm ja dann wird man sehen dass die andere für mich finde ich wesentlich schöner schöner ist die ist verkratzt sie war nicht separat verpackt die qualität hier ist leider nicht so schön ähm nicht ein bisschen schade aber ich hätte lieber den druck ein bisschen besser und dann wäre mir die kratzer ein bisschen egal gewesen aber so finde ich das ziemlich ziemlich doof die die ist nicht gut gut gelungen dass das wirkt nicht gut das finde ich schade dass sie da nicht einen vernünftigen druck gewählt haben ja aber was soll man machen es ist wie es ist müssen wir halt in kauf nehmen wenn wir uns dieses modell kaufen gut dann schauen wir uns mal hier innen drin das cockpit an ähm wie wir alle schon in den letzten teilen festgestellt haben in den letzten teilen in dem letzten teil festgestellt haben und vielleicht auch ein teil vor euch schon oder vor mir schon vor dem ersten teil den ich rausgebracht habe ist dieser fall nicht unbedingt minifiguren scale das heißt ich kann jetzt zwar hier minifiguren reinsetzen die sitze sind ganz normal und die steine sind ganz normale größe aber der rest die gänge und auch den rest hier werden wir vergleichen werden wir sehen dass da das mache ich halt ganz zum schluss dass das eben nicht ganz minifig scale ist das ist alles ein bisschen sehr klein dafür und ja ist ein bisschen schade er ist im gesamten auch ein kleines stückchen kleiner als der große klon den ich hier habe aber ansonsten ist er eben optisch toll gemacht bisher mir gefällt es gut wir haben auch hier einmal die instrumenten tafel die flughebel sag ich mal auf chubackas und hansolos sitzplatz aufkleber wie gesagt dass einmal gerade zeigen so viele aufkleber sind jetzt verbaut also es gibt hier keine drucke sind alles aufkleber aber mehr als die aufkleber gibt es nicht die aufkleber sind aber hatte ich in teil 1 auch glaube ich schon gesagt oder in teil 2 ich weiß jetzt gar nicht also hier in diesem sind gut und ja wie man sieht wenn man sie vernünftig aufbringen sie sind auch von der farbtreue her sag mal was das grau zu dem grau betrifft gut also man sieht da kaum unterschiede haben sie gut gemacht ja so das ist halt dieses stück piloten kanzel gut und dann kann man das ganze wird hier einfach nur so davor gesetzt und dann kann man das wieder hier alles da vorbauen und dann ist das wieder schick zumindest wenn man das diesen schlechten in meinen augen schlechten druck hier schicken nennen kann weil es ist es fällt nicht auf ich weiß nicht es ärgert mich ein bisschen ich finde es sehr schade ich finde es sehr schade ja naja gut ich kann es natürlich jetzt nicht ändern warum auch oder beziehungsweise wie auch gut ja dann ihr kennt das spiel auch diese beiden teile werde ich natürlich gleich erst anbringen und euch erst beim nächsten mal zeigen und hier heißt natürlich auch beim nächsten mal mal erst beim nächsten video also in teil 3 des aufbaus vom millennium falcon vom mold king die 21 0 26 ich hoffe es hat euch bis hierhin wieder gefallen lasst bitte einen daumen da wenn es euch gefallen hat denkt an ein abo und aktiviert die glocke wenn ihr nichts verpassen wollt das abo ist natürlich kostenlos da müsst ihr nichts für bezahlen und ja würde mich freuen wenn ihr mich mit meinem kanal mit einem abo natürlich unterstützt ich freue mich ich finde es schön zu sehen dass sie auch spaß habt und ja bedanke mich bei euch und wir sehen uns wieder wenn es wieder heißt auch hier ist alles nur geklemmt macht's gut da draußen bleibt gesund und bis bald ciao